Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch die Endlich Erwachsen Box von Bass Sultan Hengst. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Endlich Erwachsen von Bass Sultan Hengst aus dem Jahr 2014 das Ganze. BSH lesen wir hier oben, Bass Sultan Hengst, Endlich Erwachsen und wir haben hier Hengst in Tanktop und vermeintlich kurzer Hose sitzen. Ist die Frage, was das hier darstellen soll, also für mich sieht es aus wie so ein Raumschiff in so eine kleine Raumkapsel, mit der er hier gelandet ist. Entweder die Erde oder ein anderer Planet, spannendes Cover auf jeden Fall. Hier unten lesen wir BSH Endlich Erwachsen, auf der rechten Seite Bass Sultan Hengst, immer in dieser Krakelschrift. BSH Endlich Erwachsen und auf der linken Seite Bass Sultan Hengst. Gut, Unterseite BSH Endlich Erwachsen und auf der Rückseite haben wir ein Pferd, das gerade gewaschen wird, was übrigens damit auf sich hat, vielleicht wegen Hengst. Und dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Gut, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, einen Zwei-Sticker, einer davon signiert, eine Handyhülle, ein Poster und das Album an sich im Digipack. So sieht das Ganze von innen aus, die Box innen weiß und dann haben wir hier so einen Karton-Einleger, in dem das Album befestigt war. Reguläre Klappbox. Gehen wir mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also hier, genauso wie auf dem Boxcover, allerdings diesmal in Gold. Gold, also BSH Endlich Erwachsen hier in Goldschrift. Auf der Seite ebenfalls Basuldan Hengst in Gold. Und auf der Rückseite haben wir die Tracks plus alle Instrumentals. Das heißt, wir werden hier wohl eine zweite T vorfinden. Wir haben hier Features von Serg, Sido, Jascha, nochmal Serg, die Atzen, Serg, das war's. Was mir etwas auffällt oder was mich etwas irritiert, warum die Atzen hier dünn geschrieben sind. Weil alle Features Serg, Sido, Jascha, Serg, Serg, jeweils Fett, nur die Atzen hier dünn. Naja. Gut. Barcode und Credits. Auch wieder hier das Pferd bei der Wäsche. Dann haben wir hier das Album nummeriert mit 0,1. Goldene CD. Ah, genau. Ich wollte jetzt gerade schauen, ob wir ein Booklet haben. Haben wir natürlich. Wir fangen an mit dem Booklet. Cover kennen wir bereits. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier die Tracks beziehungsweise die Texte der Tracks einzeln aufgelistet. Das heißt wirklich zu jedem Track, auch wenn es etwas mühsam zu lesen ist, relativ klein gedruckt, aber ich glaube es geht. Ja. Haben wir hier wirklich zu jedem Track die Texte teilweise quer, weil es wahrscheinlich vom Platz anders nicht gegangen wäre. Gefällt mir gut. Ich bin immer großer Fan davon, wenn man die Texte dabei hat, zum Mitrappen, zum Nachlesen, wie auch immer. Canvas. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Infos, wer in den einzelnen Tracks beteiligt war, Features, Speed-Produzenten, etc. CD Nummer 1 dürfte wohl das Album an sich sein, also regulär die Tracks. 0,1 Endlich Erwachsen lesen wir hier. Und dann haben wir das Ganze auch nochmal auf der rechten Seite. Mit 0,2 das dürften dann wohl die Instrumentals sein. CD schlicht oder ja, klassisch in Silber. So sieht das Sticky-Pack aus. Dann haben wir zwei Sticker mit dem Cover in quadratischer Form und der eine Sticker, spannenderweise, also es gibt keine Autogrammkarte, nein, aber man hat hier einen Sticker signiert und zwar hat hier einmal BSH und einmal sehr gut unterschrieben mit schwarzem Stift jeweils. Also einmal blank, einmal mit Autogrammen. Dann haben wir das hier, das habe ich um ehrlich zu sein noch nie in einer Deutschrapbox vorgefunden und ich habe schon einige aufgemacht. Wir haben hier eine Handyhülle, ein Handycover mit dem Coverfoto von Endlich Erwachsen. Meines Wissens, wenn mich nicht alles täuscht, iPhone 5, habe ich keine Verwendung mehr dafür, da ich ein iPhone 6 habe und ich generell nicht so der Fan von diesem Plastik- oder Hartplastik-Cover bin. Ich trage mein Handy generell ohne Cover, habe nichts zu verlieren. Nein, aber ist auf jeden Fall eine schöne Sache, kann man gut verwenden, wenn man denn ein iPhone 5 besitzt. und bevor wir zum T-Shirt kommen, haben wir auch noch ein Poster. So sieht das aus, im Hochformat, das Coverfoto hier in A3, einseitig bedruckt und was mir jetzt gerade noch einfällt, bevor ich zum T-Shirt komme, ich habe ganz vergessen zu sagen, was mein Lieblings-Track ist oder mein Lieblings-Tracks. Ich muss sagen, es gab speziell einen, der mir gut gefallen hat und das war der Track Weck mich nie wieder auf mit Yasha. Ist eine melodischere Nummer, ein bisschen mehr Gesang, speziell eben auch wegen dem Yasha-Feature. Aber ich muss prinzipiell sagen, ich fahre mit dem Endlich Erwachsen Basult und Hengst nicht so viel an. Also Schmetterlings-Effekt fand ich echt noch gut und Hengst hat so zwei Seiten. Einerseits dieses Endlich Erwachsen Schmetterlings-Effekt, das ist wirklich nachdenkliche, diebe Sachen. Das gefällt mir sehr gut, auch wenn es schon älter ist und dann generell so dieser Zahltag-Flavor, also Zahltag 1 war auch ein unfassbares Album in meinen Augen. Die zwei Extreme feiere ich, aber dieses ganze Pop-Rocks-Ding oder Endlich Erwachsen muss ich ganz ehrlich sagen, trifft nicht ganz so meinen Geschmack. Aber das ist natürlich wie immer jedermanns Sache oder ja, individuell für jeden zu entscheiden. Wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit goldenem Aufdruck auf der Brust. Hier lesen wir BSH endlich erwachsen. Und das ganze ist ein Fruit of the Loom in der Größe L. Wo haben wir es? Hier 100% Baumwolle. Und das ganze ist, wo haben wir es? Hier. Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das ganze nochmal im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt und dann haben wir hier die Goldschrift Endlich Erwachsen und darüber und darüber groß BSH. Ehrlich gesagt, Schwarz-Gold Top-Kombination. Es gab es ja auch unter anderem schon bei 18 Grad beim Album Pusher. Ich feiere Schwarz-Gold sehr, also bin ein riesen Fan von dieser Farbkombination. Allerdings stört mich das hier ein wenig, dieses Endlich Erwachsen mit diesem Schriftzug auf der T-I, auf der Brust auf einem Shirt. Muss ich jetzt nicht unbedingt rumlaufen. Wenn es darauf reduziert gewesen wäre, also wenn nur BSH gestanden wäre, hätte ich es auf jeden Fall mal getragen. Aber dieses Endlich Erwachsen stört mich echt. Also ist die Frage, ich glaube ehrlich gesagt, dieses T-Shirt werde ich eher nicht tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L in schwarz mit dem goldenen Aufdruck. Das Album im Digi-Pack inklusive Album-CD und Instrumental-CD. Dann haben wir die beiden Sticker in quadratischer Form, wobei der eine Sticker von Basel den Hengst und Serg unterschrieben wurde. Dann haben wir diese Handyhülle für iPhone 5, also Plastik, hat Plastik-Cover. Und dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat A3. Das alles in dieser wunderbaren Box. Endlich erwachsen von Basel und Hengst. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Basel und Hengst unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf. Ciao.